Willkommen in der Medienwerkstatt Bonn. Wir sind hier an einem Ort, an dem man lernt, wie Medien entstehen. In unserem kleinen Videostudio hier experimentiert unsere Lernredaktion normalerweise vor dem Greenscreen. Und in unserem Audiostudio bastelt unsere Redaktion normalerweise an Beiträgen und Sendungen für Radio und für den Podcast. Normalerweise. Und dann Corona. Als klar war, dass wir unsere Produktionsräume nicht mehr nutzen können, da haben wir uns etwas Neues ausgedacht. Dein Weg in die Medien Ein Programm für junge Leute in der Berufsorientierungsphase, die sich fragen, ist dein Job in den Medien was für mich oder nicht? Dafür laden wir jeden Monat einen Medienprofi zu uns ein. Mit dem trainieren wir bestimmte Fähigkeiten und sprechen über Schwerpunktthemen. Bislang ging es um Fake News und Verschwörungserzählungen, den professionellen Umgang mit Instagram, Besonderheiten im Lokaljournalismus, um den Einsatz der eigenen Stimme von dem Mikrofon und um den Einstieg ins Podcasten. Je nach Corona-Lage haben wir diese Workshops bei uns veranstaltet oder online. Davor und danach machen wir ganz viel Medienbildung von zu Hause nach zu Hause. Mit jedem Workshop-Dozenten nehmen wir einen Podcast auf und fragen nach dem ganz persönlichen Weg in die Medien. Und wir holen Tipps ein, die unsere Profis dem Nachwuchs mit auf den Weg geben wollen. Die Themen aus dem Podcast bringen wir dann zu Instagram und sprechen mit der Community über persönliche Fragen und eigene Erfahrungen. Die wichtigsten Tipps gibt es außerdem zum Nachlesen als Newsletter. Unsere beiden Lernredaktionen treffen sich momentan nur online und produzieren ihre Videos und Audios im Homeoffice. Wir freuen uns, wenn wir nach Corona endlich wieder zusammen im Studio arbeiten können und es dann auch wieder analog weitergeht mit unserem Weg in die Medien. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020